Wenn ihr diese Aufzeichnung hört, muss meine Magie irgendwie entfesselt worden sein. Fürchtet euch nicht. Alle Dinge finden ein Ende. Selbst Perfektion scheitert irgendwann am unerbittlichen Widerstand der Normalität. Das Universum war einmal die perfekte Leere. Völlige, zeitlose Dunkelheit, die alles andere übertraf. Doch schon aufgrund ihrer Natur ist Perfektion gefährdet. Es brauchte nur ein winziges Fünkchen, um das Nichts des Raums aufzubrechen. Zweifellos ist mir dasselbe zugestoßen. Als ich vor langer Zeit starb, da trug man noch Feigenblätter. Das ist kein Scherz. Ich bin sehr stolz auf all meine posthumen Leistungen. Die Götter zu gebären war vermutlich ein Fehler. Die Eitelkeit der Jugend. Doch Kalkatorik war mein erstes Meisterwerk. Bevor ich ihn in die Finger bekam, war er nichts als ein Salamander. Oh, solch ein süßer Fratz. Einen Moment bitte. Ich muss los. Der Ehrengast ist hier. Hat gerade mein Foltertheater gefunden. Das ist beleidigend, Kommandeur. Ich lade euch zur größten Schlacht ein, die die Welt je gesehen hat. Und ihr kreuzt hier mit einem dümmlichen Norn auf. Ihr scheint euch ja überhaupt keine Mühe zu geben. Oh, ich weiß. Bald schon ist es jedoch meine Gefolgschaft. Ich hoffe, ihr fühlt euch wie zu Hause. Ich habe so viel Zeit mit den Vorbereitungen verbracht. Endlich ein Grund, das gute Geschirr herauszuholen. Genug der Warterei. Joko langweilt sich. Legen wir einen Gang zu. Ah, Mist. Habe ich das etwa angelassen? Schlamperei, Joko. Schlamperei. Fortsetzung folgt. Ich meine, falls ich diesen Aufstand überlebe. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich meine, falls ich diesen Aufstand überlebe. Ich meine, falls ich diesen Aufstand überlebe. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020